So, steigen wir gleich mal mit dem Karneval ein, denn der wird heute hier nicht Thema sein. Nein, natürlich, wir haben für euch alle Infos zu den Karnevalsveranstaltungen in extra Videos gepackt. Die bekommt ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Kommen wir zur ersten Veranstaltung. Ree Cartney, ja, eine Paul-McCartney-Coverband, besser gesagt, die beste in Europa, wird es im Londoner geben. Das am 25.01. Also, schaut mal vorbei, Londoner Gotha. Ebenfalls am 25.01. gibt es was für die kulinarischen Fans unter euch, denn es wird ein Schlachtfest geben. Und das im Landgasthaus zur Tanne in Schnepfenthal. Also, wer leckere Sachen mal probieren möchte, das Ganze frisch geschlachtet, dann ist das eure Chance. Landgasthaus zur Tanne in Schnepfenthal. 26.01.2019, Tag der offenen Tür in der Salzmann-Schule in Schnepfenthal. Das solltet ihr euch mal angucken. Wie wird heutzutage unterrichtet und das an einem Sprachengymnasium. Alle Infos bekommt ihr natürlich dann vor Ort im Salzmann-Gymnasium hier in Schnepfenthal. Schauen wir schon mal in den Februar. Da haben wir am 2.02. im Marschstall in Gotha die große Ü30- und Ü40-Party. Das Ganze wieder mit jemand geringerem als René Willing. Wenn einer Plan hat, aus dieser Epoche, besser gesagt, zu diesem Party-Genre, dann er. Also, freut euch auf die große Ü30- und Ü40-Party im Marschstall Cota mit René Willing. 9.02. das Ganze im Freizeitzentrum Gleisdreieck. Die große 90er-Party, da könnt ihr euch schon mal definitiv drauf freuen. Und Titel, wie Mr. Wayne oder aber auch Rhythm is a Dancer, dürfen an diesem Abend nicht fehlen. DJ wird für euch sein, niemand geringer als René Willing. Freut euch auf diesen wundervollen Abend im Freizeitzentrum Gleisdreieck. Kommen wir zu den kommenden Live-Acts hier bei TMA Radio im Studio. Am 25.01. gibt es niemand geringer als die Network Brothers. Sie haben ein Jahr Pause bei TMA Radio gemacht und jetzt sind sie zurück. Und das mit brandneuer Musik. Freut euch drauf. 25.01. von 20 Uhr bis 23 Uhr die Network Brothers live auf TMA Radio. 8.02.20 Uhr, DJ Live-Action hier bei TMA Radio. Denn da wird es niemand geringer als Kenny Larkinnen live hier bei uns geben. Er wird euch natürlich mit den neuesten Hits versorgen. Und natürlich gibt es für euch noch das ein oder andere Schmanker. Also freut euch drauf. DJ Live-Action hier bei TMA Radio. Kenny Larkinnen, das Ganze am 8.02. Ihr wollt auch eure Veranstaltung in unseren News sehen. Ganz einfach schickt uns eine Mail. Das Ganze mit den Infos und dem Flyer direkt an studio.tmr-radio.de. Wir haben für euch die Adresse gleich mal unten eingeblendet. Ja, wie gesagt, wir machen zum Karneval ein paar extra Videos. Und zwar wird es für euch Videos von Walwinkel, Hörselgau und Waltershausen geben zu ihren Programmen in diesem Jahr. Also nicht vergessen, schaut vorbei bei den Videos zu den passenden Karnevalsprogrammen, damit ihr gut durch die Karnevalssaison 2018-2019 kommt. Das waren sie schon wieder, die TMR-Radio News. Ich hoffe, wir sehen uns zu der ein oder anderen Veranstaltung. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst oder aber natürlich auch gerne mal den Like-Button gedrückt oder aber auch gerne ein Abo da lasst. Denn nur so erreichen wir mehr und mehr Leute. Und wie wir in der Netzzeit mitgekriegt haben, unsere Videos gucken mehr Leute von außerhalb als unsere Abonnenten. Also klickt auf Abo, wenn ihr kein Video verpassen wollt.